Die Dinge kommen ins Rollen. Apple wird es ermöglichen, neue iPhone-Apps in Europa nicht nur aus alternativen App-Stores zu installieren, sondern auch direkt von Webseiten, so wie wir es vom Mac kennen. Außerdem reden wir in diesem Video über Gold Pickaxe, den ersten richtigen Trojaner fürs iPhone, welche Gefahr er darstellt und wie ihr euch schützen könnt. Herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und das hier ist euer Kanal rund um Apple. Ja, starten wir direkt mit dem ersten Thema, denn Apple ermöglicht in Kürze direkte iPhone-App-Downloads von Webseiten. In einer bedeutenden Anpassung seiner Richtlinien hat Apple jüngst angekündigt, dass Nutzer nun die Möglichkeit haben werden, Apps direkt von der Website eines Entwicklers herunterzuladen. Diese Neuerung, die ist Teil einer Reihe von Änderungen, die Apple vorgenommen hat, um den Bestimmungen des Digital Markets Act der Europäischen Union gerecht zu werden. Und neben der Unterstützung alternativer App-Marktplätze umfasst diese auch neue Geschäftsbedingungen und eben auch In-App-Kaufmöglichkeiten. Und eine Schlüsselinnovation ist die Einführung der Web-Distribution-Funktion, die es Entwicklern eben ermöglicht, ihre iOS-Apps direkt von der eigenen Webseite zu vertreiben. Und diese Option, die ab diesem Frühjahr verfügbar sein wird und über ein weiteres iOS-Update bereitgestellt werden wird, die erlaubt es eben iPhone-Benutzern Apps ohne den Umweg über den App-Store oder alternative Marktplätze zu installieren. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Entwickler allerdings den neuen Geschäftsbedingungen des App-Stores zustimmen. Und das bedeutet, sie müssen in der EU ansässig sein, mindestens zwei Jahre Mitglied im Apple-Developer-Programm sein und eine App mit über einer Million Erstinstallationen im Vorjahr in der EU haben. Und natürlich muss auch hier eine Core Technology Fee abgedrückt werden. Sprich, genau wie bei Apps, die über alternative Marktplätze installiert werden, müssen Entwickler eine Gebühr von 50 Cent pro App-Installation abdrücken, nachdem eine Million Downloads erreicht wurde. Also die erste Million ist gratis, aber alle Downloads, die darüber hinaus erfolgen, da müssen die Entwickler 50 Cent an Apple abführen. Apple behält sich eben die Möglichkeit vor, hier eben auch sündige Entwickler wieder zu canceln. Ja, neben der Webverteilung ermöglicht Apple Entwicklern auch mehr Freiheit bei der Verlinkung auf externe Webseiten zur Abwicklung von Transaktionen für digitale Güter oder Dienstleistungen. Und das bedeutet, dass Entwickler nun mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Werbeaktionen, Rabatten und anderen angeboten haben, ohne sich an Apples Vorlagen oder Richtlinien halten zu müssen. Also sprich, ihr werdet in Zukunft auch ganz klar darüber informiert werden, ob ihr außerhalb des App-Stores ein günstigeres Abo abschließen könnt, zum Beispiel bei Spotify oder auch Netflix. Mal gucken, wie viele Entwickler auf diese Möglichkeiten eingehen werden. iPhone-Nutzer werden in Kürze also nicht nur die Möglichkeit haben, ihre Apps über den offiziellen App Store von Apple herunterzuladen, sondern auch über alternative App-Marktplätze und direkt von der Website von Entwicklern. Das ist also fast genau so, wie wir dies auch von Mac-Anwendungen seit mehreren Jahrzehnten kennen. Das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die Höhe der Core Technology Fee weiterhin für Diskussionen sorgen wird und bedenkt, dass wir hier nur über das iPhone und nur über Europa reden. Für den Rest der Welt ändert sich nämlich erstmal nichts. Und auf dem iPad, da bleibt in Europa auch erstmal alles beim Alten. Also weiterhin nur der offizielle Apple App Store als Quelle. Sagt gerne mal, was ihr von diesem Thema haltet und ob ihr das jetzt gut oder schlecht findet. Kommen wir zum nächsten Thema. Gold Pickaxe, der erste iPhone-Trojaner. Der iPhone-Trojaner Gold Pickaxe, der hat jetzt für erhebliches Aufsehen gesorgt. Ursprünglich war das mal ein Android-Trojaner, Gold Digger. Der war in der Lage, biometrische Daten zu entwenden. Aber der hat sich jetzt weiterentwickelt und jetzt ist er eben eine Bedrohung für iOS-Geräte. Die Sicherheitsfirma Group IB klassifiziert ihn als den weltweit ersten Trojaner für iOS. Er ist wohl in der Lage, biometrische Informationen aus Fotos, SMS-Nachrichten zu sammeln, Webaktivitäten abzufangen und in einigen Fällen, da werden Opfer wohl angeblich auch von Betrügern kontaktiert, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben, um eben an sensible Daten zu gelangen. Zwar hat Apple mit iOS 17.4 über 40 Sicherheitslücken beschlossen, Gold Pickaxe war jetzt aber noch nicht dabei. Die Verbreitung dieses Trojaners, die fand jetzt zunächst über Apples Test-Flight-System statt, das zu Entwicklern ermöglicht, Beta-Versionen ihrer Apps an Tester zu versenden. Nach der Entdeckung des Missbrauchs hat Apple jedoch Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung von Gold Pickaxe über Test-Flight einzudämmen. Aber Mobile Device Management, MDM, das ist ein Tool zur Verwaltung mobiler Geräte in Organisationen und Firmen. Das wurde eben auch für die Verbreitung dieses Trojaners missbraucht. Und obwohl Apple bestrebt ist, solchen Missbrauch grundsätzlich zu verhindern, ist dieses Problem noch nicht behoben. Es bleibt die Vorsicht bei der Installation von MDM-Profilen von nicht vertrauenswürdigen Quellen und nicht vertrauenswürdigen Unternehmen. Insbesondere in Vietnam und Thailand, da wurden Nutzer durch mehr als 50 gefälschte Apps von Finanzinstituten ins Visier genommen. Zum Schutz jetzt vor Gold Pickaxe, da wird empfohlen, erstens, ihr solltet iPhone-Apps ausschließlich über den offiziellen App Store installieren. Das ist ja jetzt gerade ein Thema hier in Europa, wo es eben auch alternative Marktplätze gibt oder geben wird. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, installiert iPhone-Apps ausschließlich über den offiziellen Apple App Store. Zweitens, keine iPhone M, die M-Profile installieren. Es sei denn, sie stammen von einer wirklich vollständigen, vertrauenswürdigen Quelle oder wirklich eurem Arbeitgeber. Da müsst ihr euch halt sicher sein. Keine persönlichen oder sensiblen Informationen preisgeben, insbesondere wenn man unaufgefordert kontaktiert wird. Da solltet ihr ebenfalls sehr, sehr vorsichtig sein. Viertens, solltet ihr wegen irgendwas irgendwie misstrauisch sein oder irgendwas Auffälliges bemerken, schaut lieber mal direkt auf der Webseite oder eventuell in dem Fall der Bank oder so von irgendeinem Institut nach, ob das auch wirklich seriös ist, was da passiert. Abschließend kann man sagen, obwohl die Bedrohung durch Gold Pickaxe schon real ist, sind die meisten Nutzer hierzulande unwahrscheinlich direkt betroffen, da eben der reguläre App-Download über den App Store erfolgt, zumindest normalerweise. Jedoch könnte jetzt eben der Digital Markets Act genau das ändern, der eben mehr Offenheit und Wettbewerb fördern soll und somit auch indirekt die Sicherheit von iPhones beeinträchtigen, indem er die Installation von Apps außerhalb des App Stores eben ermöglicht. Es ist also entscheidend, dass ihr stets die Quelle oder den Entwickler einer App hinterfragt. Also Apple dürfte auch weiterhin die sicherste Anlaufstelle für euch sein, der offizielle App Store eben. Ja, und Apple dürfte auch weiterhin daran interessiert sein, iOS so sicher wie möglich zu machen und euch mit regelmäßigen iOS-Updates versorgen, um eben kommende Sicherheitslücken rasch schließen zu können. Ich erwarte das auch hier in dem Fall von Gold Pickaxe. Noch ist es aber nicht so weit. Ja, ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und vielleicht habt ihr ja selber schon mal Erfahrungen mit irgendwelchen Trojanern gemacht. Ich gehe davon aus, dass es unter iPhone und iOS nicht der Fall war. Könnt ihr aber gerne mal in die Kommentare schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Einige von euch haben auch bereits schon Kommentare und Meinungen dagelassen. Zum Beispiel zu meinem Video über das kommende iPad Pro 2024. So schreibt Frock. Sollten die neuen iPad Pros eine Basisspeicherkonfiguration von mindestens 512 GB haben, wäre ich vollkommen einverstanden mit den Preisen. Oder M. Alp Arslan schreibt, für mich persönlich kommt kein Upgrade in Frage. Ich bin sehr zufrieden. Komplett bedient mit iPad M1 und alles, was danach kommt, da achte ich eher als ein Luxusproblem. Und Patrick PPP schreibt, wenn OLED kommt, dann muss ich wahrscheinlich zuschlagen. Eigentlich muss ich auf die Schlussrate vom Auto sparen. Ja, so eine Zwickmühle aber auch. Ja, und Dr. Zaro schreibt, danke für die Infos. Warum sind die Preise der iPads auf der US-amerikanischen Seite deutlich niedriger und liegen rund 200 Euro unter den Euro-Preisen. Ja, hier kurz die Erklärung dazu. Natürlich spielen Faktoren wie Transport, Logistikkosten, Zölle, Wechselkurse oder eben die allgemeine Lohnstruktur in einem Land eine Rolle. Also je nachdem, welcher Preis dann eben vom Hersteller abgerufen wird. Der Hauptgrund für diese großen Preisunterschiede zwischen den USA und Europa, der kommt aber daher, dass in den USA die Preise üblicherweise ohne Mehrwertsteuer angegeben werden. In Europa dagegen mit. Und wenn man jetzt die Mehrwertsteuer drauf rechnet, dann sind die Unterschiede zwischen USA und Europa nämlich schon gar nicht mehr so groß. Ja, danke an alle, die einen Kommentar geschrieben haben und Feedback gegeben haben. Und wenn auch eure Meinung mal hier in einem Video erscheinen soll, dann schreibt einfach einen Kommentar unter das Video hier oder schickt eine WhatsApp-Sprachnachricht an, die 0151 4166 0759. Eine Auswahl veröffentliche ich immer in den kommenden Videos. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr Apple-Videos wie dieses hier sehen wollt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Euer Fabian. Euer Fabian. Das war's für ihr. Von den Z .. politisch Reddit. Bis zum nächsten Mal.